Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT. Mit dabei ist der eisgekühlste Bots... Alona, oh meine Güte! Der Dalukat, der Maxi McFly, der natürlich Nephi, ach ne, natürlich Nephi, Good Gaming LP, Gurubai, Fiskrage, Universal, Allo, TauTau. Ja, du machst du wohl der Frage? Der Name ist Programm, ey. Der Name ist Programm. Bald startet die jetzt auch durch. Der ist ja noch nicht so lang auf YouTube. Nice, Nils. Ich freu mich schon auf dein erstes Simpsons Let's Play. Simpsons and Run wird bei dir, glaub ich, gut ankommen. Das könntest du ja wieder machen. Kannst du ja auch machen, Nils. Er könnte auch Mario Golf machen. Nee, dann gibts nur an, was du an uns kennst. Ja, er spielt und du stehst daneben. Ja, genau. Und Nils zockt so und erzählt dir, wie das geht. Hallo. Ich könnte. Was machst du denn hier? Au, ja. Da steckt der Österreicher, die schon wieder im Bunker. So als Weihnachtsspecial, Nils. Au, ich wurde an der Sniper. Oh, komm mal, Nils, aber dann ist da Aufnahmepflicht. Ja, aber welche Fans? Ich wurde an der Sniper zum Beispiel. Juli ist dein größter Fan. Juli kriegt ein anderes. Nein, schreibt hier immer noch wer. Echt Juli? Nee, wie ist vor das? Haben wir alle gehört jetzt. Ich komm nur einmal hier nach unten. Juli kriegt ein Weihnachtsgeschenk. Wuuu. Der Nils, der kommt nur einmal im Jahr. Ja, und die Begründung habt ihr ja gehört. Nils kommt nur einmal im Jahr. Hallo. Na, Nefi? Ich hätte jetzt ja Muttertag reingeschossen. Aber das wäre ganz schön. Äh, Nefi? Mit Juli? Hallo. Ey, das Haus wurde. Weißt du, wo die anderen sind? Hey, was machst du denn? Ihr starrt mich die ganze Zeit ab. What the fuck? Warum schießt der Detail? Ey, die haben das Haus hier weitergebracht. Cool. Weg. Die Map haben wir doch schon mal gespielt, ey. Ja, aber da war das Haus noch nicht so gut. Die ganze Demo ist jetzt da. Die ganze Demo ist jetzt da. Ja, hier reinkommt. Tau-Tau. Kommt nochmal rein. Nein. Tau-Tau, seit wann gibt's den Kenner hier? Hier hält einer in die Türklinke zu. Wer ist das, Tau-Tau? Was? Hier hält einer in die Türklinke zu. Ich bin gerade aus dem Kenner kommen. Hier, Maxi. Oh. Bist du leise, Nefi. Ich hör dich kaum. Der hat gesofft. Laten ist einer. Wer ist da gestoppt? Hier ist Goro bei. Und hier ist ein Toter. Hier bei Goro ist einer tot. Bei Goro ist einer tot. Hey Goro hast du den gebetet? Ja dann ist Goro, oder? Goro, erklär uns doch was ist. Goro will es nicht. Wer ist jetzt wieder da? Hier ist ein Schnipp. Silent. Olé, olé. Hey, hey, olé, olé. Wir fahren im Puff nach Bostelona. Achtung, scheiße. Hey little pony. Leute, ich hab nen falschen Grund dran drauf. Ich hab nen Traitor getötet. Wer war's? Ich glaube Julie, aber ich kann noch nicht confirm. Ja, ok, war wirklich Julie. McFly fliegt vor mir irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Hey, dann könntest du noch TauTau und ähm... Wer fehlt noch? Einer fehlt noch. Fisk? Nein. Ich meine Julis Leiche da jetzt confirm, weil die ist nämlich Trader. Du hast doch bestimmt Credits bekommen, oder? Da. Sag ich doch. Ich hab nur einen Credit. Nicht du. Du bist du der Andere. Natürlich, Bostel, der Andere. Du hast schon Nevi erschossen hier. Oh! Oh! Warte, ich wollte anders hin. Und Daru? Oh, das war so knapp. Ich hab noch die Granate gesehen und wollte einfach nur in das Loch springen. Und da war ne Märtyran. Wie bin ich eigentlich gestorben? Irgendwie sehe ich die Granaten von der Märtyranie. Der war schon weg. Die ist vor dir rausgefloppt. Ey, ich wollte gerade McFly messern und dann sehe ich, Scheiße, liegt eine Märtyranie schnell nach unten. Ich wollte ihn halt wegkicken und es hat fast geklappt, ey. Ja, aber nur fast. Ich dachte, mach sie doch noch ne Chance haben. Ich wurde die ganze Zeit angesnipert. Ja, von mir die ganze Zeit. Ich dachte, wer jetzt hier reinkommt, ist tot. Nils, komm rein. Nifi hat auch überlebt. Ja, muss aber die Tür hängen, wo es hier ist. Wo soll er das denn wissen? Und ich öffne einfach so ne Tür, ohne was zu ahnen. Und dann wirst du getasert und auch noch weggeschossen. Ja, vor allem auf mich schießt er auch einfach. Ja, so ist er. Ja, ja. Ich war ja auch Traitor. Ja, ich weiß, dass du Traitor warst. Also ist das erlaubt, was ich da gemacht habe? Ja, tut mir das erlaubt. Ich hab nur halt die Falschen abgeschossen. Egelkonform. Ja, heute werde ich immer wieder dreimal Traitor einstellen. Wenn ich jetzt vergiftet bin, mach ein Fan. Nils kauft ein. Dreimal Traitor. Machst du wieder dein Traitor-Cheat an? Ja, ja, ich cheate mir heute wieder Traitor. Hab jetzt nur eine Folge hochgeladen. Ich fand es gut, dass du es letzte Woche nicht gemacht hast. Ja, genau. Da hab ich mich geladen, wo ich das nicht gemacht hab. Fand ich aber auch schön. Werd das direkt aus. Vor allem, du könntest doch wenigstens dir die Mühe machen und das rausschneiden. Und du den Cheat eingibst. Ja, das Geile ist ja, du kannst ja die Traitor-Prozent einstellen. Aber die ist ja nicht für mich, sondern das ist die anhand der Spieler. Naja. 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 Sonst schlägt uns halt immer Traitor ein. Und wenn ich random abschieße, schmeiß ich auf. Traitor vom Spiel. Kannst du Traitor 100% einstellen, dann bist du immer Traitor. Das ist ja ein tolles Spiel. Immer diese Traitor. Goro, letztens hat es dir schon nicht gefallen und heute auch. Ja. Goro ist nur Ammoser. Goro ist nur Ammoser. Egal welche Regeln wir hier an. Ja, das ganz Neue auch nicht. Und Rance ist tot, unten im Pool. Rance ist im Pool. Ich bin safe. Was macht der Dete eigentlich? Ich bin safe. Der Dete kriegt's nicht hin. Ich werde ihn jetzt konfert. Nein, ich. Also ne, Dete hast du gut übersehen. Du bist voll weggeflogen, Dete. Scheiße. Hallo Nefi. Also ich bin safe. Auf wen hast du gerade geschossen, Nils? Vom Dach aus. Ich habe auf niemanden. Doch, auf den Dete. Ey. Warum hast du auf den Dete geschossen? Weil der einfach an der Leiche vorbeigeflogen ist, ohne irgendwie mal zu gucken, was... Ja. Und da schieß man doch nicht auf den Dete. Ja und? Kann ich doch nicht das für... Hat er auf dich geschossen, Goro. Mach jetzt fertig, ey. Mach jetzt mal deinen Job zu machen. Ja, das... Mach ihn, ey. Mach ihn, mach ihn, ey. McFly ist sehr verdächtig. Alter Nefi. Poolparty. Ja, ich habe da die Stimme getroppt. Wir brauchen Musik. Ich glaube, es ist Julie, Leute. Wir brauchen Musik? Warum? Ja, für die Poolparty. Oh, der Botzer ist jetzt eisgekühlt, ey. Passt noch mehr Flaschen in den Pool. Oh. Tautau. Was ist? Tautau. Wo ist er? Oh shit. Was war das? Nefi ist safe. Nefi ist safe. Ich bin auch safe. Nefi ist auf jeden Fall safe. Tautau ist der andere, oder was? Tautau ist schon tot. Tautau ist schon tot. Ich wett. Dalu brauchst du nicht mehr. Ach so, da war ich nachgefallen. Ja, Maxi, Maxi und Julie. Und Dalu. Hä? Ich habe Tautau getötet. Dalu ist safe. Und ich war die Runde davor. Ja okay, von mir aus dann auch noch Juli und Maxi. Also Juli. Juli und Maxi, ja. Ich war die Runde davor safe. Nein, ich war Traitor. Juli und Maxi, ihr könnt euch tatsächlich... Geht mal auf die Straße. Nein, dann ist es Maxi. Ja dann erschießt ihn. Es kommt kein Auto. Ja, wer ist sie? Du darfst ihn erschießen, wirklich. Ja, wo ist er? Ich weiß es nicht. Wer ist da oben im Fenster drin? Wo ist Maxi? Ich habe ein Radar gekauft. Ähm, zwei sind im Haus drin. Das sind ja beide. Das sind beide. Juli und Maxi. Hier unten ist Maxi. Ah ja, Juli. Juli runter. Nein. Juli lebt noch. Sie spielt Julia gerade. Lebt Juli noch? Und Maxi ist ihr Romeo im Haus. Juli, komm mal hier zum Pool. Komm mal zum Pool. Sie ist auf der Hauptstraße. Wir gehen jetzt nackt baden. Poolparty Juli. Nee, das möchte ich nicht, okay? Juli kommt. Juli. Ah, Juli. Ja okay, macht sie. Maxi ist es. Nee, sie ist tot. Okay, Maxi ist es. Ja, Elsa ist es ja drin. Ja, ach. Ihr seid so schlecht im Ermitteln, ey. Hä, wer hat Juli jetzt gerandet? Ich hab sie gerandet. Ich hab sie nicht gekillt. Ich hab noch ... Du hast den Ball aktiviert, ne? Ja. 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 Ich stand doch genau neben dir. Ich hab da auch dahin geguckt. Oh, Italy! Oh, Italy! Oh, Mann. Es ist noch so ... Ich ... Ich liebe dieses ... Da, 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 da. Oh, jawoll. Rune Italy. Das machst du noch in den Lieblingsmaps, die du ganz nicht magst, ey. Ich mag die Map, aber ich muss ja einmal die Map nochmal wechseln, wenn wir drauf sind. Und jetzt cheatet er sich gleich wieder Traitor. Jetzt schnell Traitor eingestellt. Wenn wir noch nicht Italy gespielt haben, fand ich die Runden besser. Können wir auch eine neue Standardlamp anstellen, sodass es nicht immer Italy ist? Vielleicht spielen wir dann auch mal ... Ich lerne ... Wie ist das? Das ist doch so der Running Cake. Lass uns doch mal das in Italy spielen. Wir haben Italy noch nie von Anfang an gespielt. Ja, ist richtig egal. Das ist Dischrisseminierung. 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 Früher waren die Runden besser. Früher waren die Runden besser. Früher war noch nicht dabei. Stimmt, Goro, du warst doch noch gar nicht dabei. Ganz früher war Goro nicht dabei, ja. Ja, damals ... Da gab es gar keinen TTC. Da war es auch noch so richtig schwer. Die Zeit, als Goro noch nicht dabei war, ey. Diese Waffenvielfalt. Da hatte Goro noch damals, wo man doch gesagt hat, es ist Goro bei und alle schießen. Das war bestimmt schön, ne? So war das damals, ey. Random Kills hatte ... Damals ... War krass. Ich begriff Random Kills. Das waren normaler Hild. Als die Rollen verteilt wurden ... Das waren keine Random Kills, das waren Goro's. Innos haben direkt geschossen, hatten ja nichts zu verlieren. Damals ... Und wenn die Rollen verteilt waren, hieß es ... Ach, ey, warum bist du ... Hast du das mal ... Inno! Goro ist es! Früher, früher die Runden jetzt. Alle, wo alle ... Inno! 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 To auto! Noiversity Igatsu GETTREATE! Der ist sie. Der da oben im Haus ist. Wo ist das? Overmot. Manyakfrei! Hier oben ist Tautau. there a Thank god! Der schießt auf mich. Maxi ist hier in den Gang, just zum Weinkeller gegangen. Tautau is here in den Gang, just zum Weinkeller gegangen. Dann will ich da nicht hin. Tautau is here, is here? Nein! Ich hab nur einen Sniper, da will ich mich nicht mit ihm anlegen. Vorsicht, er will Dalu schwenken. Jetzt ist es nämlich. Wenn jemand Maxi sieht, tötet. Julie oder was? Julie ist frei zum Abschluss. Nein, Maxi ist frei zum Abschluss. Bots hat Baby in der Hand. Nein, ich hab grad Julies Identität. Oh, schnell gewechselt, schnell gewechselt. Wo ist denn Tautor, der ist abseits von den Innos? Sie guckt er auf deinem Radar eben, wo ist er? Alter. Julie, woher weißt du, dass ich abseits der Innos bin? Ja, weil wir doch hier alle auf dem Haufen sind. In der Tat, wir sind hier alle auf dem Haufen. Ja, ja, ja. Haben wir alle einen Haufen gemacht, außer dir. Ekehaft. Wer sagt, dass ich keinen Haufen gemacht hab? Ja, hier jedenfalls nicht. Ey, man darf hier keine Bombe legen. Man darf hier keine Bombe legen. Das ist eine Hostage-Map. Hat dir das noch nie jemand gesagt? Was? Ey, so ist Brüner hat da Feuer gelegt. Dann musst du die Geiseln retten, du darfst keine Bombe legen. Okay, hat keinen Schaden gemacht. Alter! Das ist ja überhaupt nichts passiert. Doch, ich hab einen Schaden genommen. Oh, einen? Dann guck dir mein Fahrrad an. Trotz da. Ey, hier drinnen hat jemand auf mich geschossen. Maxi, Maxi schießt! Ey! Ja, Maxi ist doch confirmed! Hä? Hey! Nein, doch nicht. Jawoll. Alles richtig gemacht. Ha! Immer wieder gut. Ich hab einen Traitor getötet. Und das war Juli. Hey, Dete, kannst du mich bitte heilen? Der letzte ist Tautau. Tautau-Kundran, ihr dürft euch duellieren. Ey, ich hab grad Maxi getötet, ihr Säcke. Okay. Wer hatte... Wer hatte... Wer... Warte, warte. Wer von euch... Einer von euch kann ja nur Maxi gekillt haben. Das wär jetzt nicht... Ich hab einen anderen Traitor getötet. Ja, genau. Alter. Hä? Nils hat... Nils hat ein Baby geworfen. Sorry, sorry, sorry. Weil du es bist. Hä? Hä? Was ist das denn für eine Reaktion, Alter? Ja, ich frag mich, wie du gerade auf... die Reaktion kommst. Nils hat jetzt wieder ab. Nö. Nö. Nils hat jetzt ein Baby geschossen. Nils hat das Baby aufgesammelt von einem Traitor. Und ihr? Und als Reaktion darauf schießt Tautau auf mich. War das denn so schwer? War das denn so schwer? Nein, aber wenn Tautau tatsächlich McFly getötet hat, dann wärst du ja der Letzte gewesen. Eins mit Schinken, eins mit Eins. Ich war schneller im Schreiben als du im Reden, ey. Ja und? Mich verzweifelt, dass er jetzt so kam, ey. Schinken, eins mit Eins. Was soll ich gesagt haben? Oh, irgendeiner hat mich am Anfang getasert. Ja, ich hab den Grappling-Hook noch. Nein, das sagt er nur so, Leute. Ja, das ist klar. Spider-Man-Gun, Leute. Das ist physikalisch unmöglich. Das war letztens rausgepatcht. Ich hab ein Gerede. Leute, ich hatte Geri geschrieben, das stimmt nicht. Ich war Katzen geblieben. Geri. Ich hab Geri geschrieben, der hat rausgepatcht. Du bist dieser Geri. Nee, ich hab ihm geschrieben. Traitor, meinst du? Der auch so ist der Geri. Der auch so ist der Geri. Geri. Und Gaming hat freiwillig erst ein Fahrrad hergegeben. Er ist auf jeden Fall Traitor. Muss man immer sein. Dallu ist es. Dallu ist es. Dallu ist es. Dallu ist es. Dallu ist es auf jeden Fall. Dallu ist es auf jeden Fall. Dallu hat einen Traitor-Hook. Nein, das ist kein Traitor-Hook, das ist ein Detektiv-Hook. Das ist ein Traitor-Hook. Ah, Max! Alter, hast du grad geshoppt? Den hab ich noch während meiner Amtszeit gekauft, ihr Noobs. Das stimmt. Warte, bleib mal stehen. Was? Hast du ein Messer? Ja, war ich doch. Ey! Nee, Flie. Jetzt bist du rot. Hast du mal einen Messer, Potsdam? Während meiner Amtszeit? Buuu! Oh, Maxi, du hast nicht was getroffen, Alter! Das war schon weg, ey. Nee, Fliegel, ich hab nicht mehr. Oh, ey, wer schießt auf Yields? Was ist das? Das war McFly, oder? Nee, das war glaub ich der Gokow, oder? Ey, Nils, du! Prost! 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 Ich war das nicht. Ich war das nicht. Hey, Max hat ihn getötet. Nee. McFly hat ihn getötet. Nein, nein! Ich hab gesehen, dass du das hast! Ich hab das doch gesehen. Ich war nicht da. Es sind Bots da und Nils, safe! Warum? Ich über euch schwebe und das beobachtet habe. Was ist doch Nils? Hinter dir, Goro! Nein! Er ist weg, er ist weg! Hau nicht ab! Goro! Wer schießt auf Goro die ganze Zeit? Goro! Wo bist du hinten? Ich hab Spaß! Ich hab dich verloren, Goro! Hallo, wo bist du? Der Eisgekühlt ist. Entschuldigung! Danke! Dalu! Deens zu deens! Ich hab das nicht gesehen! Schade! Ich hab eine Wiederholung! Ach schade, ich kann nichts kaufen! Warum wiederholung? Ich hab die ganze Zeit auf Goro geschossen, er kommt um die Ecke, dann war ich wieder das Fass, Goro geht wieder weg. Dalu, der will dem Spieler wieder. Du hast den Fanship geschossen! Ich hab dich nicht, ich war inno, wie soll ich den... Ja, ich war auch inno und hatte einen Spider-Man-Hook, da kann alles möglich sein! Ja, Innos können jetzt kaufen, Innos einen Shop, ja? Jetzt holt er sich die Sachen sogar schon mal. Ja, toll, wir sind schon die items entschieden. Ne, Leute, wir sind auf Italy, das ist alles möglich. Wir sind auf Italy. Ich hab den Schwarzsack gekauft oder was willst du damit sagen? Ich hab ne Knarre, ey. Ich hab nur so'n Scheiß... Wenn ich jetzt werd dann... Oh Gott, ich bin Detective in Starlu, frei zum Abschluss! Nein, ey, irgendeiner hört da noch dran! Dalu ist es auf jeden Fall, ja. Dalu ist es. Ich hab euch da schön beobachtet, ey. Ja, aber illegal. Illegal. Oh Gott, ich hab meinen Kollegen geboxt! Was macht ihr beiden? Ey, das war Maxi, Juli, das war Maxi, hinter dir. Nein, what's a nice try? Was ist das, was wir fertig machen? What's a nice try? Nils, kein Mensch ist illegal. Ich heil dich, wenn ich das fertig sage. Aber Menschen machen illegale Sachen. Was soll das? Du wirst mir total viel Schaden gemacht. Ja, bist du, ey. Hallo, Juli Versal. Ja. Ey, Gor hat auf mich geschossen, oder? Warum ist hier eine Schießerei? Oh Gott, der wird nie abgeholt. Geiler Song. Goro ist es. Nils ist es, er hat dir ein Baby geworfen. Goro ist nicht mehr da. Goro ist es. Wer war es jetzt? Na du hast Fiss. Julie, komm her. Nein, du hast mich nicht. Nein, ich kann auch so überleben. Oh Gott, Fisk hat wirklich gerade erschossen. Wer ist es denn? Nils, hast du es gesehen? Jetzt hast du mir zugeguckt. Oh, ich hatte hier gerade das Fass. Mit dem Riff ist so nach hinten. Und es ist da gelandet. Das muss von unten gewesen sein. Ja der war ja auch von da unten. Goro freit zum Abschuss. Ich habe sie geheilt. Wir waren Brüder. Guten Tag. Hast du gerade versucht, Maxi mit dem Fass zu machen, Dalu? Nee. Oh! Hey! Ich habe Fisk. Spring drauf, spring drauf, spring drauf, spring drauf. Okay. Okay. Denk dran. Oh! Oh Mann. Ist da runtergefallen. Was habt ihr getan? Los, Duell, komm dran. Ich glaube, ich bin nicht neu. Wie weit er hat mich war. Unglaublich. Erwischt. Erwischt. Ich habe es nochmal nach oben geprüft. Was ist passiert? Abschlag zu Inno. Ich habe es richtig gut drauf. Sorry. Du hast da so mit rumgeeinfert. Ich dachte, du bist auch Inno. Ich wollte aber auch. Warum hänge ich schon wieder? Aber das war lustig, dass es überhaupt geklappt hat. Das hat nicht gewonnen. Aber wie extrem, ja. Wie schlager. Ich dachte erst, du hattest mich jetzt oben aufs Dachkörner putzen. Das war üppig gewesen. Aber nein. Ich hänge in der Wand. Kann mich jemand erschöpfen? Er will in die Konsole. Zwei. Eins. Jetzt noch mehr. Ich glaube, ich habe den Detective-Chance zu hoch eingestellt. Wer ist das? Kacke. Geil, Fisk, du bist gerade geschwebt. Wer, du erschießt mich jetzt. Geschwoben heißt das. Geschwoben. Ja, du bist auch geschwobbeln, ey. Dalu, Dalu. Was denn, was denn? Warte, lass uns treffen. Ey, wer ist das? Geschwobbel. Mit Nephi mache ich so eine Späße, nicht erschießen. Ah, da warte. Was hast du vor? Aber der trifft nur mich dann. Tautau schockt, oder was? Los, ich halte ihn hier. Und du machst ihn fertig. Ich habe ihn. Er kommt nicht raus. Schieß ihn ab. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Ah, Alter. Oh, da hinten! Alter! Tautau! Abgriff! Scheiße, das war ich jetzt, glaube ich, aus Versehen mit dem Drop. Nein, ich möchte die. Ja, das warst du. Er hat eine ganze Tür kaputt gemacht hier. Wollen wir ihm das durchgehen lassen? Eine ganze Tür! Das war wirklich nicht... Na, Gowart und Siegel auf uns geworfen. Ich werde seine Leiche entehren, okay? Wollen wir, Dalu, wollen wir ihm das durchgehen lassen? Ich habe nichts gesehen. Oh, McFly hat mir Damage gemacht, das habe ich gesehen. Einen Schaden. Ich finde, McFly sollten wir jetzt machen. Wir sollten Tautau fragen, ob wir Gönnies töten sollen. Tautau, sag mal was. Okay, hier, belebt ihn wieder. Belebt ihn doch wieder, Leute, dann kann er mich töten. Oh nein, 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 nein. Ich habe seine Leiche. Nein. Noch habe ich die Leiche nicht entehrt. Nein, nein, du musst in dem Moment, in dem ich los springen, musst du halt schon nach oben machen. Ach so. Leute, darf ich die Leiche von Tautau jetzt entehren? Jetzt langsam. Ach so. Ich würde das jetzt gerne mal bei dir versuchen, aber dann, okay. Nee, ich bin eh nur diesmal, diesmal kannst du. Ach so. Soll ich? Okay. Ja, ja, mach mal. Diesmal kann ich ab... Oh! Juli! Juli! Oh, hier ist noch... Hey! Was ist das? Nein! Goro ist... Goro hat den... Goro ist Traitor. Ja, Goro ist tot. Nein, da war ein Dead Ringer. Nein, das ist ein Dead Ringer. Ich glaube, ich habe Goro... Nee, 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 aber der Traitor... Ich glaube, Goro war das mit dem... Doch, Goro war das mit dem Dead Ringer. Ich habe den auch so ein bisschen erschossen, glaube ich. Ja, aber der ist doch confirmed, dieser Traitor. Ja. Stimmt, du hast recht. Warte, Maxi hat drauf geschossen? Ich hab drauf geschossen. Ich hab auf Juli geschossen. Ja, Tito. Dann ist es... Grand. Protzer! Alles klar, danke. Der ist auch weg. G. Grenz. Da steht G. Grenz. Ich kann es nicht sein. Das ist Good Gaming. Außer dem Grenz saßen wir ja so oder so. Das ist Good Gaming. Genau. Wer ist das hier eigentlich mit Taut auf? Schwebt der bei noch einem hier? Ja, er hängt da rum. Hä? Guck mal, Grenzen. Wo ist meine gleiche? Bei mir? Warte kurz, warte kurz. Ah, jetzt wird es klingen. Der Superman da in der Luft. Wer war das da unten? Ja, wer war das? Ja, das will ich raus hinten. Das war er bestimmt. Nein, das war McFly. Warum sagt er nix? Weil er tot ist. Weil er tot ist. McFly? Das ist nicht McFly. Nein, er hat jetzt halt gesprochen. Das ist Grenz. Warte mit euch! Er hat doch geredet! Er hat doch geredet! Wie hältst du Mongo-Kind, ey? Ich hab mal auf den Dickel-Tisch fallen lassen. Schatzfeiert, ey. Hättest auch mal irgendwas sagen können. Ich sag doch die ganze Zeit was! Das ist absoluter Quatsch. Oh, da unten war er. Du hast ihn gesehen, ne? Das ist Tautau, Leute. Schade. Oh, und er hat noch die Märchen. Ich hab mir die dann schnell gekauft, nachdem ich Tautau da getötet hab. Ich dachte, er richtet mich eh hin, ey. Schön, dass mir mal wieder ein Prop-Kill durchging. Danke. Boah, hab ich dich aus Versehen erschossen? Prop-Kills funktionieren. Du hast das Pech gehabt. Als ich gestorben bin, und da eine Inspektelle gekommen, dann hab ich direkt dir zugeguckt, was das Messer anhat ist. Weil Julie so eskaliert ist, hat sie mich erst mal reingeschaut. Irgendwas war mit Tautaus Leiche aber komisch, weil irgendwie wollte er der Erste. Hätt ich dich mal nicht befreit. Ja, das ist Österleiche. Das ist trotzdem sehr nett. Mein Schar hat sich dagegen gewehrt, als Tautau dann rumzulaufen irgendwie. Spritz an der Ecke. Kann man verstehen. Das Bärchen hättest du noch ankleben. Jeder ist halt nicht hier geboren in Österreich. So ein kleines Bärchen. Nein. Nein. Bananenbombe. Bananas. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Goro ist es. Oh ne. Schrei zum Abschluss. Wo ist denn der? Er rennt hoch da, wo die Terroristen standen. Ah, Tautau hat ihn getötet. Tautau ist safe. Ach, Tautau ist Detective, schade. Ich glaube wir haben einen, oder? Ja. Haben wir ihn erschossen. Wieder mal den typischen Goro. Der typische Goro. Er ist tot, oder? Ja. Er ist tot, ja. Das ist Nefi hier. Es sei denn jemand ist im Friendshop gestorben. Warum ziehst du auf mich, Renz? Renz ist dran. Ich hab doch Goro bei angesagt. Stimmt, du hast Goro angesagt. Okay. Gut. ett. Eve und Tier. Jede ist tot. Nils. wives. Danke. Teufel steckt jetzt hoch, oder? Nö. Nur sonst ne. Sie liegt jemand. Anschau. Ach College, ach. Mach DNA Nifi. Aber superior. Nee, ich geh ja schon. Dreh dich nicht um. Oh Gott! Ah, Mann. Wärst du weggerannt, hab mit der Fade geregelt, ey. Hallo, Taube. Ja, Taube. Ach, ne Taube. Ich dachte grad schon, hä, wie lange hat das denn gedauert, bis Nils hochgegangen ist. Ja, ich war auch. Ich hab nichts gesehen. Nee, ich schiel's gar nicht rum. Nee, du dürftest dich nicht umdrehen, ey. Ja, das hab ich gemerkt, ey. Ich hab die Schritte gehört und dann war's zu spät, ey. Ich hab nicht den typischen Go. Das häng ich hier fest, oder was? Nee, Go war nicht als erstes. Ja, hier hängt man öfters in der Wand. Beziehungsweise haben wir ja deswegen extra. Und jetzt? Hallo. Büss. Boah, du wirst gleich so zusammengerannt. Das war die neue Gamescom, Mann. Ja, hat genau gepasst. Wir haben beide ne Shotgun-Bots da. Letzte Wunde. Nochmal Traitor einstellen eben. Wir haben jetzt vier Traitor. Wir sind leider einer mehr, weil ich hatte mich noch dazu geschrieben. Sag ich erst mal dein Fahrrad, Dallo. Warte, das hab ich hier gepackt. Goro, ich will nicht Fahrrad fahren. Goro, ich will nicht Fahrrad fahren. Vielleicht Juli erst mal. Juli ist ein Zahn-Fahn. Komm, wir zeigen mir ein Zahn-Fahn. Da fliegt aber der zweite Sitz. Nein, kein Netz. Nein, der fehlt nicht. Ah, Goro! Zwei... Ich hab sie getötet. Ich hab Juli geprop-killed. Ich bin safe. Die beiden Detektors mal bitte was fragen. Ich koche, du Bengel! Ey, Nefi schießt doch nicht. Scheiße, ich glaub, ich hab Fiss getötet. Tut mir leid, Juli. Komm, spring drauf! Ey, warte, ihr müsst anlaufen und drauf springen. Komm, 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 komm. Mit Anlauf. Einer aber nur. Der da um die Ecke kommt. Wunsch. Unsch. Leute, von wo... Du hättest fast ein Falcon sein können. Wo habt ihr schön der Gang? Scheiße, ich hab nen Diegel. Ich wusste es! Nein, ich war einfach zu reden. Ich bin auch immer links und rechts. Diegern, das Leben. Nice, hier ist noch ein Ziegelstein! Hey! Wie konnte er da... Leben noch Leute, oder? Hallo? Er ist nur wo jetzt angeschossen. Wirst du es nicht? Er ist halt nur mad, weil ich seine Kollegin... Scheiße! Du musst es da jetzt explodieren? Noll! Ich hing in der Wand. Nein, er hat sich in eine Flasche verwandelt und die ist einfach verbrochen. Durch die Brandkanalte? Ja, klar kann so eine Hitze nicht aushalten. Ich kam da auch nicht mehr weg, weil ich dann in der Wand irgendwie wieder respawn bin. Wow! Ah, too easy, ey. Dort tut einfach alles. Ich glaube dann leben jetzt aber echt nicht mehr viele, weil jetzt ist der andere Deter auch tot. Hallo Nephi! Nephi? Nephi ist es! Nein, du bist es! Beim Friendship! Das kommt ran! Kommt ran! Ja! Ich glaube... Nephi hat nichts gemacht. Wo ist denn... Wo ist er? Wer hat denn Friendship denn geschossen? Wahrscheinlich du! Du! Nein! Ich war... Ich stand mittendrin. Dass ich noch lebe ist ein Glück. Bist du ins Haus gerannt? Ja! Dann muss es Kundran gewinnen. Er hat gerade Nils gemacht! Oder nicht? Ja, aber er... Ja, aber... Kundran, du warst ja... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo Kundran stand. Hier ist auf jeden Fall Goro. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wie soll ich auf dich zukommen? Ich bin hier. Bei TauTau. Bei TauTau. Ich weiß auch nicht, wo TauTau... Achso, ist der beim Friendship oder wie? Ja. TauTau. Ach, Gwenz. Was? Warte mal. Oh! Warte mal. Was? Die zerstört sich ja echt so... Was? Ist ja voll kacke. Mit dem Job erledigt. Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss! Tschüss! Abo! 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 Bis zum nächsten Mal.